Hallo und willkommen zu Jacks World. Heute ein Pick-up. Es ist noch ein Puder, es ist ein Dodge Ram. Genauso gesagt, der Ram 2500. Heavy Duty. Ich muss es aufreißen. Heavy Duty bedeutet schwere Ausführung. Heavy Duty. Das sieht aber an dem irgendwie nicht so gut aus, oder? Oder, Pete? Das machen wir besser mal ab. Okay, da passen ein paar Leute schon rein. Da passen einige rein, das ist nämlich das Kuh-Cat. Das ist nicht so cool. Ah, Puffa, Pete, guck mal. Der hat ein Verstaufacht dafür. Und das Schnellglatt muss man sich keine Sorgen machen. Das bleibt da unten dran. Die neuen Dodge-Modelle haben richtig schöne Details. Wie zum Beispiel, hier hinten ist eine Vorrichtung, um zum Beispiel die Anhängerkupplung dran zu machen. Die wir aber jetzt in dem Fall nicht brauchen. Das Nummernschild ist von Michigan. Das ist da, wo die großen Seen sind. Aber was ist mit der Motorhaube? Okay, die lässt sich nicht öffnen. Das geht nicht. Dafür lassen sich aber alle Türen und die Heckklappe öffnen. Abgefahren, guck mal, Pete. Ich glaube, es ist ein bisschen hoch. Da macht es den Rest von allein. Der Tankdecker ist so schön gemacht. Ein Dodge-Modelle. Jetzt nochmal eine Funktion von vorne. Bruder schlägt vor, dass dieses Auto für die Farben gut fährt. Aber ich denke, der Bauleiter wird sich freuen oder der Bürermeister. Ich denke, das ist der neue Wagen für den Bauleiter. Aufgelost. Musik 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 hey dude what a great car ja total coole car yeah 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 Untertitelung des ZDF, 2020